Dominar Folge 6 in der zweiten Staffel. Wir haben einen neuen Dottore und wir haben einen neuen Kämpfer, nämlich den Widowmaker, der irgendwie nicht zu heilen ist scheinbar. Der heilt sich nicht, oder? 21, müssen wir drauf achten. Der heilt sich nicht mehr hoch. Das ist ja höchst schade. Mentorsche, was bringt das denn? Okay, das wäre schön. Wir müssen ein bisschen... Ich weiß ja nicht, wie da die Kämpfe in Zukunft aussehen, aber es könnte ja durchaus sein. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass vielleicht die Gegner... Wie soll ich das zum Ausdruck bringen? Vielleicht mehrere Gladiatoren benötigen, das wollte ich sagen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich ein paar Leute, die ich einsetzen kann und die brauchen auch ein bisschen gutes Equipment. Ist ja klar. Habe ich den da jetzt hier vor einen? Den Paparius, oder was? Echt krass, was hier abgeht im Moment. Kannst gar nicht glauben. Du kriegst mir den Red Dragon, kriegst du von mir. Machst du echt kein Auto-Train? Was ist denn mit dir eigentlich los? Wieso trainieren die eigentlich nicht? Fällt mir gerade so ein. Wieso habe ich jetzt den Dordore entlassen? Das ist doch scheiße gewesen. Neue Scheißidee. Kannst du noch weiter? Ne. Doch geht. Ja dann. Mal bitte. Nein. Ach Quatsch, oder? So. Er tücht mega mies. Das konnte ja keiner ahnen. Echt. Das konnte ich nicht ahnen. Ich habe mir das Ding selbst versaut. Ohne Scheiß. Das konnte ich nicht ahnen. Ich hätte das wissen können. Oh, das ist jetzt echt schlecht. Ich habe ja alles erforscht. Das war ja mal einer meiner großen Vorteile eigentlich. Kannst du hier auch Karten geben? Vielleicht keine Karten geben. Okay. Hätte ja sein können. Ja klar. Was? Host the Emperor Championship? Wie? Ist das jetzt der Endkampf? Bin ich jetzt beim Endkampf schon angelangt? Okay. Ja, ich haue alles rein, was ich habe. Kannst du mal sagen, das ist ein Gemetzel, oder? Diesmal der Widomecker kann hier noch bestehen. Ich habe noch eine neue Errungenschaft bekommen. Ja, Complete Fälscher. Das ist not unexpected Ja, ich glaube, ich habe einfach die Tagebahn vorbei Ja, beim Championship Und ich glaube, dass die, die wir nicht besiegt haben, diese neuen Dinger Die kämpfen dann sozusagen im Championship mit So wird es sein Ja, das ist natürlich schade Aber es hat Spaß gemacht Ich bin sogar versucht, das gleich danach noch eine dritte Staffel aufzunehmen Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Naja, wir werden sehen Erstmal viel Spaß mit dieser Staffel hier Ihr könnt ja, habt ja jetzt quasi, wenn ihr wolltet Von 1 bis, was haben wir denn jetzt hier, 6 durchschauen können Und natürlich, falls ich eine dritte Staffel mache, mache ich das ganz genau so Ob ich der Erfolgreicher bin, das weiß ich allerdings nicht Also das steht natürlich in den Ludus-Sternen Aber ja, wir werden sehen Macht es gut, bis dahin, auf Wiedersehen